Ja hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Prof. Dr. Karl Peter Fischer. Ich bin Inhaber der 4M Marketing Agentur im München-Grävelfing, also im Münchner Westen. Und ich bin Professor für Markt- und Werbepsychologie, Online-Marketing und Konsumentenverhalten und digitale Kommunikation, zum Beispiel hier an unserer schönen Privatuniversität Schloss Seeburg in Siegkirchen am Wallersee in Österreich, gleich neben Salzburg. Und ich bin als Professor in der Wirtschaftspsychologie tätig für den Bereich Markt- und Werbepsychologie, Online-Marketing in München-Istmaning an der Hochschule für Angewandtes Management. Ich möchte Ihnen heute als CEO oder als Vertriebsmitarbeiter oder als Marketingmanager oder Managerin ein kleines Angebot machen, speziell für unser Umfeld, für den Großraum München, aber auch deutschlandweit. Ich kenne die Herausforderungen der Praxis, die die Digitalisierung momentan für den Bereich Marketing, für den Bereich Kommunikation und Vertrieb mit sich bringt. Und ich würde gerne in kleinen Gruppen Ihre Mitarbeiter schulen. Das heißt, mein Angebot heute ist, sollten Sie im Großraum München tätig sein und möchten Sie Ihre Mitarbeiter für digitale Kommunikation, für Online-Marketing schulen lassen. Dann werden wir das natürlich selbstverständlich für Sie übernehmen. Und in kleinen Gruppen über einen längeren Betreuungszeitraum können wir dann Ihre Mitarbeiter fit für die digitalen Herausforderungen der Zukunft machen. Das Tolle oder das Besondere an meinem Angebot ist, wir machen das in kleinen Gruppen. Wir können das auch in-house machen. Wir können es auch digital über Webinare machen. Wir nutzen dazu Ihre eigenen In-house-Projekte. Und das Tolle ist, wenn Ihre Mitarbeiter wirklich so starkes Interesse an diesen Themenbereichen haben, dann kann ich natürlich Ihre Mitarbeiter auch herüberziehen. Zum Beispiel für bestehende Diplom-Lehrgänge, die wir zu diesem Thema machen. Das sind dann meistens zehn Präsenztermine und fünf Monate lang Online-Schulung. Oder wenn das noch nicht genug ist, dann haben wir eben spezielle Bachelor-Angebote für einen längeren Schulungs- und Ausbildungszeitraum, wo Sie dann branchenfokussiert, Ihre Mitarbeiter zu uns an die Hochschule oder eben hier an die wunderschöne Privatuniversität Schloss Seeburg schicken können. Oder eben auch Masterstudiengänge. Also mein Angebot in Kleingruppen, Schulungen Ihrer Mitarbeiter zu bestimmten Online-Marketing-Themen, Hands on the Job, wirklich tun und helfen mit einer Hotline-Nummer. Sollte das nicht reichen? Die zweite Stufe Diplom-Lehrgänge an unterschiedlichsten Standorten unserer Hochschule und Universität. Und wenn Sie größere Gruppen in eine Bachelor-Ausbildung schicken wollen oder eine Master-Ausbildung, zum Beispiel Ihre High Potentials, dann sind Sie hier bei mir auch an der richtigen Adresse. Also von der kleinen Zwei-Mann-Schulung bis zu einer großen Gruppe, alles kein Problem. Input aus 22 Jahren, Erfahrung im Marketing mit meiner eigenen Agentur, mit meinen Mitarbeitern und Erfahrung seit zwölf Jahren als Professor an der Hochschule und Universität zu den neuen Herausforderungsthemen Digitalisierung, Online-Marketing und, 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 und. Also ich würde mich freuen, wenn das Angebot für Sie interessant ist. Meine Handynummer, meine Mobile-Nummer ist 0171 358 2159 und Sie können auch gerne hier in der 4M Marketingagentur anrufen und nach mir verlangen. Mein Name ist Dr. Karl-Peter Fischer und es würde mich freuen, wenn wir ein persönliches Gespräch führen könnten und wenn mein Angebot, das wir natürlich in-house auf Sie anpassen, für Sie in der ein oder anderen Form interessant wäre. Also vielen Dank und noch einen wunderschönen Tag. Heute ist ja bei uns hier wunderschön. Tschüss!